Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme ist ja gar nicht geladen. Widersprechen Sie etwa einem vorgesetzten Gefreiter? Das gibt zwei Wochen Küchendienst. Jetzt fehlt nur noch Munition und eine Möglichkeit, alles in den Lauf zu stopfen. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, die Wumme hat zwar Pulver, aber wo ist die Munition? Ach, auch noch extra Wünsche der noble Herr Gefreite. So, jetzt muss nur noch alles in den Lauf gestopft werden. Gefreiter Tuck. Ha, die Wumme hat zwar Pulver und Munition, aber solange sie nicht gestopft wurde, kann man sie nicht benutzen. Ich glaube allmählich, du erfindest diese Ausreden, weil du die Hosen voll hast. Fertig, der Elefant kann kommen. Gefreiter Tuck, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment, ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Eingang. Untertitelung des ZDF, 2020